Hallo liebe Leib und unsere Gemeinschaft auf WhatsApp und bei Facebook auch. Ich bin Eduardo Vogel. Ich bin gerade jetzt in meinem Heim am Pumle. Ich wohne hier in Posadas, Missiones, Argentina und ich war schon in Puerto Rico geboren, in Puerto Rico Missiones. Wenn ich ein Kind war, ich habe zu viel Deutsch gehört, aber peinlich, niemand hat mir gelernt. Mein Vater war in der Stuhl in Problemen gegangen, weil ich sprach und nicht nur mein Vater, doch dem sein ganze Generation, ich meine. So, die andere Generation und hier nur Spanisch gelernt und viele Leute nur auf Spanisch sprechen, in der Straße und auch bei ihm. Das ist traurig. Mir selbst erst, ich habe schon Englisch und Hochdeutsch gelernt und demnach, ich habe schon die Hunstriche zu Brasil gefunden, bei Facebook und plötzlich hat auch die Gruppe von WhatsApp angefangen. Deswegen sind jetzt die Hunstriche am Lernen. Ich bin ganz, ganz froh und ich habe schon auch viel neue Freundschaft gefunden. Mir, die Hunstriche Leute hat unsere eigene Sprache, unsere eigene Musik und wir müssen unsere Kultur und unsere Tradition und unsere Sprache behalten. Die Leute von Brasil sind zu nett und freundlich und doch hier in Missiones mehr demnach, zehn Verwandten und acht Freund. Zum Beispiel.